Hallo, mein Name ist Daria Grimuscheva. Herzlich Willkommen in meinem Heimatland, in der Ukraine und in meiner Heimatstadt, in der Hauptstadt Kiew. Kennzeichnend für unser Land ist die Verwendung von Gegenwart und Vergangenheit, moderner Technologie und jahrhundertelangereiche Geschichte. Auch heute kennen, schätzen und pflegen die Ukraine ihre nationale Kultur. Viele von unseren Traditionen existieren weiterhin in unserem Alltag. Gastfreundlichkeit ist die bestimmende Eigenschaft der ukrainischen Mentalität. Bei uns wird jeder Gast zum Essen eingeladen. Indem man eine Vielfalt von typischen Nationalgerichten probiert, kann man sich davon überzeugen, dass die ukrainische Küche gesund, lecker und ausgewogen ist. Spezialitäten wie Borscht mit Bambuschki, Vareniki oder Kiewa Kutlet sind nicht nur traditionell oder historisch. Sie werden auch von modernen Ukrainen auf zu Hause zubereitet. Guten Appetit!